Darauf hat die Welt gelatet. Jetzt wird der Traum real. Und die Geschichte des Top Ten neu geschrieben. Das Abenteuer beginnt. Die Mission hat zu. Das Top Ten wird für den Umbau regelrecht auf den Kopf gestellt. Aber schließlich verfolgt das Top Ten Singen auch hohe Ziele. Schon jetzt sind Bereiche des Top Ten Singen nicht wiederzuerkennen. Auch wenn sich die Mehrheit auf das neue Top Ten freut, einige stellen das Bauprojekt auch in Frage. Hi, ich bin Joy. Ich habe zwar keine Peile, warum die umbauen, weil das Top Ten ist einfach super. Also ich bin da mal richtig gespannt, wie das Ganze hier nach Europa aussehen wird. Die Leute sind es auch. Aber mal ganz ehrlich, Hammergeil wird es bestimmt. Aber so will die Leute feiern. Wollen die überhaupt, dass es umgebaut wird? Gerhard und Inhaber Dirk Bamberger sind sich ihre Sache da schon sicherer. Und ihr besonderes Gespür war schließlich auch Garant für die vergangenen Top 20 Jahre. Nach und nach öffnet sich die Büchse der Pandora. Und neben den optischen Überraschungen gibt es auch eine personelle. Mein Name ist Nico Tonidis. Mich kennt ihr noch nicht, aber eins kennt ihr. Das Top Ten in Singen. Nur das, was ihr gekannt habt, das war gestern. Es beginnt eine neue Ära und die geht los am 10. September. Der Starthof. Hier ist großer Umbau. Was passiert mir im Fiesta? Gute Frage. Auskunft gibt Top Ten Supervisor Daniel Labouille. Das Fiesta bleibt der Party-Tempel hier im Top Ten. Es kriegt nur einen frischen Anstrich, wird renoviert, sodass unsere Partyfreunde hier drin immer noch abfeiern können, auch in Zukunft. Unser Tipp. Es lohnt sich selbst auf Entdeckertour zu gehen. Wer glaubt, dass DJs nur Musik auflegen, der irrt sich. BHs in allen Körbchengrößen. Kaum zu glauben, dass die La Faire Bustier mit diesem Mann im Zusammenhang stehen soll. Mein bester Gefährt, nicht bloß abends in der Disco, bagger ich gerne, sondern tagsüber eigentlich auch noch ganz gerne, wie ihr seht. Fragt sich nur noch wie lange. Und damit sind wir bei unserem abenteuerlichen Gewinnspiel. Zunächst die Auflösung unseres letzten Quiz. Wir gratulieren unseren Gewinnern. Unsere heutige Frage lautet Wie heißt der geliebte DJ im Fiesta, der außer CDs auch noch BHs sammelt? A. DJ Obelix oder B. DJ Wawanix Schreibt schnell die Antwort per E-Mail an info at top10-singen.de und gewinnt ein Canyoning-Abenteuer für zwei Personen im Allgäu oder 10x2-Whipkarten für das Grand Opening des Top Ten am 10. September inklusive Sektempfang. Viel Glück! Und in der nächsten Folge... Hi, ich bin Dennis. Heute Baustellenparty. Einer der letzten Partys mit der alten Nichtanlage. Die neue wird der Hammer! Wir sind gespannt! Das Abenteuer beginnt jede Woche neu! Und wieder auf solchen Wolken!